Musik Vor einem Jahrzehnt hat Christian Scheiders Karriere im Klagenfurter Rathaus als Mitglied des Stadtsenats begonnen. Mittlerweile sitzt der ehemalige Referent für Jugendwohnungen und Wohnungsvergaben am Bürgermeistersessel. Ob er sich das vor zehn Jahren gedacht hat? Nein, hätte ich mir nicht gedacht, weil ich immer so die Einstellung gehabt habe, ich versuche jeden Tag das Beste herauszuholen, das Beste zu geben, aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, in fünf Jahren muss ich da sein, in fünf Jahren muss ich das erreicht haben, in Positionen, sondern ich glaube, die tägliche Arbeit, das Beste geben, wird dann eh positiv. Neben seiner Funktion als Stadtchef kümmert sich Scheider auch weiterhin um die Referate Feuerwehr, Zivilschutz und Soziales inklusive Senioren. Und gerade seine soziale Ader schätzen Freunde besonders an ihm. Er hat sich dem weltweiten Motto aller Lions Clubs, wo ich es höre, für helfen, verschrieben. Das bedeutet, dass er nicht nur auch persönlich finanziell spendabel ist, sondern dass er auch unzählige idealistische und ehrenamtliche Stunden für Menschen in Not aufwendet. Neben seinem sozialen Engagement verbinden seine Kollegen und Wegbegleiter aber auch noch andere Erinnerungen mit dem Bürgermeister. Wie der Herr Bürgermeister und mein Mann noch jünger waren, sind sie auf Tennis spielen gegangen. Und Jörg Heider war immer sehr begeistert von diesem sportlich fairen Menschen, der auch Ausdauer hat und im Team sehr gut fähig ist, etwas weiterzubringen. Die schönsten Ereignisse sind immer, wenn wir zum Beispiel einen Neujahrslauf gemeinsam absolvieren und einfach auch einmal abseits der Politik uns austauschen können. Und was wünscht man dem Jubilar für die Zukunft? Ich wünsche ihm, dass er weiterhin mit großer Offenheit, mit Erfolg, diese Stadt gut in die Zukunft führt. Ich wünsche ihm, dass er die Zukunft ist.